kacke wie macht man die jetzt noch mal habe ich da ein rezept zu muss ich das noch mal brennen oder nicht wir testen das mal ja ich kann das noch mal brennen ja ich muss das brennen so das sind das 86 nehmen aber so ja 32 40 48 so gucken welches besser aussieht von dem krieg der justin oder irgendjemand anderes diese angel mending und breaking lack of sie 3 kostet 13 das kostet hoch 13 50 level in meinem schild raus zehn herzen rein ich hatte vorher 49 trainer und jetzt hatte ich 50 trainer mit den 17 oder 16 die ich da reingehauen habe oder 14 und dann hatte ich dann 50 level und das habe ich natürlich jetzt ausgenutzt habe mir meine letzten extra herzen geholt und jetzt nehme ich grad level raus damit ich die angel verzaubern also zusammen kraften kann wieder rein und immer noch 47 level die ich habe so in der hoffnung dass ich daraus mehr zepplinge kriege wachse bäumchen wachse das rote sieht so aus das sieht so aus dann kann ich das weiß aber das sind 58 da brauche ich acht kohle wollten wir denn noch machen die angel kommt erst einmal hier mit rein genau das hä jetzt eins zwei so ich habe doch noch so ein ding Ich setz mal was anderes hin. Und zwar, was setzt man da hin? Ich brauche das, ich brauche glaube das. Den könnte ich machen und den kann ich machen. Dann machen wir einmal den und einmal den. Das da, das da. Das, das, das und das. Das. Und du bist die ganze Zeit bei den Villager und drüben oder wie? Ne, ich bin hier. Ich bin gerade seit 10 Minuten in der Mobfarm. Oh wow. Ich habe vorher einfach eine Just for fun eine Kiste aufgestellt mit gebrauten Tränken. Warum? Ja, weil du jeder nehmen kann, der Bedarf hat. Ach, hier fehlt doch noch was. Ah, hab ich noch, hab ich noch, ja. Drei davon. Dann würde ich noch irgendwas machen. Ich muss meine Dierschaufel, ach, die ist sowieso unverzaubert, die kann ruhig kaputt gehen. Ich habe ja noch eine. Noch mal CO2 dort ein Zapfen gesetzt, da ist ein Block daneben, da wächst nichts. So. So viel müsste man noch eigentlich wissen. Der hat einfach seine überschüssigen Sesslinge wahrlos überall hingesetzt. Ja, der hat ihn aber so gesetzt, dass der nicht wachsen tut. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er wollte, dass die wachsen. Ja, ich stürze nicht, also es ist nicht auf meinem Grund und Boden. Und der komische Akazienbaum, der brennt halt immer noch. Der brennt schon seitdem ich weg bin. Nicht nur der, die große Fichte auch. Sieht aber geil aus. Ach, komm Bäumchen, ich muss hier draußen Bäume nachpflanzen, genau. Da war ja noch was. Du setzt sie wenigstens wieder hinter meinem Haus. Und das hat zählt einfach abgeholt und ja, das war's. Hinter dem Haus habe ich aber auch schon jetzt gefarmt. Aber ich glaube, du setzt es wieder meistens. Meistens. Für mich zählt Sätzen, auch wenn es erst 200 Jahre danach ist. Ja, ich habe keinen Bock auf eine kalte Stelle hier. So, jetzt hole ich mir Boden, jetzt reicht's. Kannst du mal in die Mockbaum kommen und gucken? Gleich, oder? Ey, ja gut, da müsstest du safe einen rauskriegen. Einen, ich brauche vier. Zwei Schu... Ne, das waren Sticks. Ja, und das war's mit Zapplings. Wow. Wie kann man so viel Pech haben? Ich weiß, da fehlt noch einer. Ich hab da noch keinen. Warte mal. Das zum Eimer dabei. Weil wenn ja, machen wir wieder die Lava weg. Das war draußen gesetzt. Also dort eben. Dann bitte so machen. Aber nicht die Wand einfach einreißen und woanders hinsetzen. Ich weiß, das heißt hier drin. Fein sei, wenn ich einsortiert. Hm, boah. Ja. Ich sag's. Ich sag's ne. Also, nö, das haben wir echt kein Problem mehr. Nö. Aber hatten wir auch so nicht. Man hätt einfach nur den Hintergehen brauchen, dort die Bodenblöcke abbauen. Ja, aber für... 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 Großbestellungen von... Mehreren Doppelkissen ist das schon ganz gut. Kann man nicht mit Hilfe von Bogenmüll eigentlich den Anbau von, was weiß ich, Kartoffeln oder Möhren automatisieren? Das weiß ich nicht. Das ging mal irgendwie mit einem Dispenser oder sowas. Ja, genau. Aber... Ja, wie man das genau baut, da bin selbst ich überfragt. Das heißt, selbst ich, als ich ankam, habt ihr euch überwetzt und da halt noch keiner von euch wusste, wie es geht. Ja, weil das ein bisschen komplex war, was wir da gebaut haben. Spooky, scary... Ach so. Ach, schau mal in die Kiste, Eike. Ich bin grad hier oben. Ja, schau mal in die Kiste. Ja, oben in die Kiste. Ja. Bin ich grad. Ich hab mir da 5 Köpfe rausgeklaut. Du halt. Ich spawn eh keinen also. Ne, ich brauch das für ein Rezept zum Herstellen. Zum Craften. Und die anderen will ich eventuell auf die Armour Stands setzen, die ich bei mir hab. Wir können ja theoretisch noch ein Beacon im Dorf aufbauen, später. Können wir. Ah, wie sieht denn das mit den Köpfen hier aus? Ja. Ja, das sieht besser aus. Dann kommt das da rein. Und der Kopf kommt da oben hin. Hehehe. Okay, das hat auch geklappt. Ah, ne dann gut, dann lass ich das mit den Tropensablings. Dann mach ich das anders. Was wolltest du überhaupt? Ich wollte mir so einen großen Tropenbaum in den See bauen, wo eine Insel hinkommt. Das hat sich jetzt ausgebäumt. Oh Gott, was für Elevator waren drüben bei den Villager? Waren das weiße? Ja. Okay. Dann können wir da in die nächste Etage in den Elevator hoch machen. Ich hab wieder in Weißen. Ich habe diesen den slimes bauen dann wäre vielleicht noch ganz gut wir haben dort oben noch zwei plätze frei ja der besteht ja nichts im verkauf darum mir ist latte was da reinkommt aber wenn immer was drin ist dann bleibt das auch drin alles klar squid weil 10.000 mal umbauen tue ich nicht eine blubberspinne begebe ich mich noch weg ins dorf das hier runter drin ja ich das symbol haben sie auch verändert war doch vorher mal ein weißer schuh irgendwie war auf jeden fall anderes symbol das war so ein wind symbol oder sowas schade dass die zehn extra herzen kinder extra effekte geben das wäre dann echt overpowered ach nö doch doch vielleicht eh mal jump boost oder so ja gut ich habe jetzt eher mit effekten von nacht sehr stärke nein sowas überhaupt nicht ne aber jump boost oder vielleicht wirklich speed dass man ticken schneller ist wo erst mal weniger hunger verliert oder solche effekte halt ab über 50 vom level her ne das ich guck das muss man level abhängig sein müsste ich morgen vormittag mein plugin gucken ob das überhaupt machbar ist ja ich meine halt nur weil wir bisher ab level 50 ist der schluss das meine ich ob man da über irgendwas hat du ich könnte auch auf ich könnte auch einsteig auf 30 herzen da brauchst du aber wirklich fürs 30 herz 100 level und die sind aber mittlerweile hier bei der mobfarm schnell erreicht deswegen mache ich das nicht ja dann stört man auch gar nicht mehr nicht mal mehr als co2 oder an justin wer kriegt das immer noch hin sooo da muss der elevator hin so jetzt kommt man auch auf die zweite etage hoch ja ja der hat nichts aber es ist noch kein neuer villager hier dazu gekommen ok ne ne weil den einen den wir hatten kann man in die tonne werfen ja habt ihr den schon gekillt oder wie schon lange der war ja heute morgen ja was das ist heute morgen heute anfangen bis da was achso das co2 habe ich das auch gesagt draußen die ganzen fans die da draußen sind die holzzäune die können alle verschwinden das braucht man ja nicht mehr das braucht man ja nicht mehr oh man ey gibt es irgendwas mit dem man baby villager schneller groß kriegt nein wohl holen du stehst im weg so hier kommt dann die türen rein Ach toll, das geht nicht mehr mit Meek Was soll denn das hier bitteschön Weißt du Hier hat irgendjemand Immer quer vom Knast Ja hier genau so Wieso sind hier Iron Bars Quer über den Flur gezogen gewesen Das war CO2 Da wollte glaube ich die Villager zur Zucht trennen Und hat die Oberon einfach stehen gelassen Wow Da fisch ich ihm aber echt nicht dazwischen Ey es sieht aber scheiße aus Um ehrlich zu sein Ich bin schon klar, dass ihn aussehen Doch eh nicht interessiert Dazu sage ich mal nichts Du hattest ein Herz auf deinem Haus Von dir Und ich hatte es Darauf liegt die Nicht nur von mir Hat er das zweite gemacht? Ich habe das mit CO2 zusammen gemacht alles Deswegen wundert es mich, dass nur ich wieder bestraft wurde Nö, er hat Hühnern bekommen Wow und ich Obsidian Ernsthaft? Ist ein Himmel großer Unterschied, meinst du nie auch? Nö, ich finde Hühner teilweise sogar erb Aber das mit dem Obsidian, das kriegst du auf jeden Fall noch wieder Habe ich doch schon Wann Bei mir war mein Haus voll Obsidian Auch wenn es hier war Das ist nicht von mir gewesen Also das darfst du nicht damit vergleichen Ich habe nur ausgeglichen Alle Sachen, die du mir wieder jetzt antust Die kommen dann auch wieder zurück Oh je, was stellt ihr hier für Blödsinn an? Guten Abend Erstens, ich habe dein Haus verschönert Mit CO2 Da überlässt du dich bleiben Wir haben dir nichts ins Haus reingebaut Deine Kisten irgendwie zugebaut Oder sonst irgendwas Du hast ja wahllos Obsidian bei mir gesetzt So, dass ich nicht mal wirklich hochfahren konnte Mit dem Fahrstuhl Und aufs Obsidian hast du dann noch die Blöcke gesetzt Das mit dem Fahrstuhl war wirklich ein Versehen So, wir haben aber nichts irgendwie zugebaut Wir haben deine Kisten alle so stehen lassen Ja, aber euer Troll war viel aufwendiger Und wenn ich es zurück machen würde Wäre es auch tausendmal aufwendiger als das Wieso aufwendiger? Ich müsste mein ganzes Haus neu bauen Das war instant von, keine Ahnung 15 Minuten alles alle ähnlich Spät ja Ja Ja, und das mit Morbi war 5 Minuten Aber hat dir gefallen, Justin, das Bild, oder? Ja War echt schön Ich konnte leider nicht mal mithelfen In zeitlichen Gründen Aber Ike war so freundlich Und hat mir sein Bild geschickt Das fand ich super Kannst du froh sein Sonst hättest du halt auch noch was abgekriegt Vom Darko Hat er Obwohl er nicht mal was dafür konnte? Nein Ich habe einfach nur mit C2 mitgeholfen Hier wollen Da brauchst du dich dann nicht wundern Wenn du von Justin irgendwas abkriegst Ike Ja? Ich möchte mit dir nochmal reden Nichts wegen Darko Aber ich muss mal den nächsten Streich vorbereiten Ich muss mir sowieso noch was für Darko einfallen lassen Wegen dem Obsidian Nein, aber Das kann ich nicht so sitzen Bei Justin habe ich wirklich einfach nur mitgeholfen Ich habe dir ein paar Jahre gegeben Ähm Ist Darko gerade erst online gekommen Oder warum diskutiert ihr noch? Wo sind eigentlich die Eier? Ich habe da hinten nicht Wieso guckst du zu Achso, das ist Justin Ich dachte Darko war hier Wo sind eigentlich die Eier? Irgendwie hast nur du Zugriff dazu Können das sein? Ne, die sind unter den Dingsbums Unter was? Das hatte ich aber euch auch gezeigt Ne Jedenfalls Dio, Ike und CO2 Da waren beide da Am zweiten Pfosten Also du siehst doch die Tür da Oh Ja, wir haben es gefunden Ähm Dann setzt doch hier eine Traptor hin Ähm Könnte ich wirklich mal machen Ich war bisher einfach immer nur zu faul Und ich hatte Ich habe meine Frage Ist Darko gerade erst gekommen Oder warum hat der jetzt hier noch Nö Der ist seit 16 Uhr da Das ist glaube ich einfach nur gerade irgendwie durch wieder Durch irgendwas ist das wieder aufgeflacht Ich habe Ich kann jetzt Hühner schlachten bei mir im Hause Macht das? Ich glaube so übertrieben hat CO2 nicht, oder? Das führe ich nicht Ich habe da nicht reingeguckt Das war jetzt Also ich sage mal so 20 Hühner pro Etage Ungefähr Ich war ja nur unterwegs Das geht noch Das war im Zuckerrohr Das war ja schon eine Plage Hä? Was ist mit dem Zuckerrohr? Bei mir beim Zuckerrohr fällt Da hat irgendwer Milliarden von Hühnern gesetzt Ich nenne keinen Namen Ich weiß auch, dass das ein Eigen wäre Ich nenne keinen Namen Du warst es Wieso sollst du da dein eigenen Namen sind? Nein, nein, ich wusste nicht mal Dass du da unten was hast Also wir haben CO2 Oh, sorry Danke Warum regt sich CO2 wegen Eiern dann auf? Ich will jetzt hier niemanden verpetzen Aber ich war es definitiv nicht Das sieht man auch in der Folge Ich habe mich nur an deinem Haus betätigt Ich sage nur so Ike, du willst keine verpetzen Damit hast du aber den verpetzt Ich nein Dafür warst du derzeit nicht mehr da Und du warst es nicht Ich habe niemanden verpetzt Ich habe keinen Namen genannt Oder sonst Ich habe nicht mal Andeutungen gemacht CO2 hat es schon selbst gesagt Weil er hat gesagt Ach, das ist ein Keller In das ich mich immer reingebuddelt habe Na, da wisst du doch, wer es war Ich wusste nicht mal, dass du einen Keller hattest Aber ich glaube, du möchtest das auch gesehen Ich will Nee Wir waren ja nicht die ganzen Nachdem das mit dem Haus fertig war Habe ich mich weiter um die Timelapse gekümmert Genau Du hast doch meinen Fußboden durch dieses Netawartzeug ersetzt Nee, das hat CO2 gemacht Ich habe das Dach Hab das Dach, die Holzpfosten gemacht Und der Rest war CO2 Ja gut, weil Beim Abbauen des Bodens hätte man gesehen Dass da eine Leiter runter geht Darum Nö, ich wusste nicht, dass du im Keller hast Nee Tschüss Herr Kgil Rainer Rainer Untertitel Happn K K Untertitel Video K